Willkommen zurück zu Sonotic Deathmatch und wir beginnen. Eins gegen eins, wie ich sehe. Da wollen wir mal sehen, wie es wird. Ich bin schon sehr gespannt. Komm ich auch rüber? Einmal frei. Mal gucken, dass wir uns dann ein paar andere Waffen vielleicht nur irgendwo organisieren können. Ich finde gar keine Waffen hier. Wo sind denn die? Ach hier. Ich habe hier schon eine gefunden. Sehr schön. Gut, hier komme ich gar nicht das Tuch. Ich wollte schon sagen, hier gibt es schon gar keine Waffen. Das wäre jetzt doof gewesen. So. Soll ich mal hoch? Nein? Okay. Jetzt wäre ich ganz über anders. Wird einmal erledigt. Die erste Runde wird besser. Ich müsste jetzt eine Waffe gesucht. Und schon war ich wieder erledigt worden. Okay. Wo ist denn unser Gegner? Da muss ich bestimmt irgendwo verstecken hier Na, ich hab grad was Ah, hier Komm auf die andere Seite mal rum Mal hier durch Na, ich muss mich jetzt mal ein bisschen sputen hier, ne Weil die Zeit läuft ja auch runter Nein, 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 nein Na endlich 1 zu 1 Ich hab grad irgendwo was gehört Müsste hier in der Nähe sein Ah, da wohne Ich hab's grad gesehen So, 2 zu 1 So, noch einmal Lebensenergie mitnehmen Ganz wichtig Das war einmal nix Bin runter gefallen Sehr rüber komm ich nicht Ah, da war ich schon wieder woanders Oh, das war knapp Das war sehr knapp So, 3 zu 1 Oh, bin ich das Lebensenergie-Ding Ah, hat das schon mitgenommen Alter Aua Das war sehr unsanft So, 3 zu 2 Langsam sputen 5 Minuten haben wir noch Also, jetzt kommst du dann gleich wieder zum Sadden Death hier Mal Lebensenergie nochmal Mal Lebensenergie nochmal Mal Lebensenergie nochmal Ich muss mal weg Tschüss Tschüss Nein, ich treff nix Ich treff gar nix Zu schnell unterwegs Zu schnell unterwegs Ja, hab mir nicht geschafft Gesser doch mal hier lang Ich muss mich gar nicht anfangen zu hauen Weg Ich treffidade Gesser Inner Und Jahr Musik Hasen Jahr 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 Ja das war noch mal mehr als knapp so noch mal hier hoch ok gibt es nicht wir bleiben bei der waffe hier also diese waffe hier die hat uns schon einige male so gesagt in auch schon mal gerettet mal sehen ob sie es wieder mal macht Achtung Feuer frei so golly das pack dort oben holen hab dich was soll ich mal jetzt hier so 5 zu 2 schon so 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 sorry ok komm mal hier lang 70 Sekunden noch so oh erwischt und die Runde ist rum sehr danke mich fürs zusehen und bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal